Du brauchst noch 100 Meter Platz an die Außenlinie, Alter. Da muss ich aber das Mikro mehr nehmen mit. Ach du Scheiße. Das ist jetzt wie ein Euromike, Alter. Das kannst du hier ins Schlafzimmer stellen. Na, dann hast du trotzdem nichts. Seht ihr günstige, sichere und schnelle FIFA 15 Ultimate Team Coins? Dann schaut bei unserem Sponsor vorbei, fifacoins.de und wer dir den Coupon Teezy eingibt, bekommt ihr noch 5% Rabatt. Hallo, meine Damen und Herren. Freier und Huren. Ist es schon zu spät? Schaut auf eure Uhren. Ja, Leute. 25k-Sätze on the line. Die werden wir öffnen. Jeder ein Paket. Gute Shisha haben statt. Wir genießen es, Leute. Ich bin total entspannt. Wir haben uns auch heute ein wunderbar geiles Team gemacht. Aber da sagen wir jetzt noch gar nichts. Ich öffne gleich mal das erste Paket. Wie gesagt, wenn ein Waldfeld kommt, dann suchen wir uns da was aus, was ihr uns unter die Kommentare geschrieben habt. Danke dafür. Und es ist ein... Und ihr könnt auch weiterhin machen, Leute. Schreibt uns in die Kommentare, was ihr auf den Waldfelder sehen wollt. Und der bringt gleich mal gar nichts. Das kann ich direkt wegfransen. So, Junge. Zeigt mir was. Come on, Baby. Ist es wirklich schon so spät? Wer hat an der Uhr gedreht? Ja, ihr Leute, das seht ihr. Ins Morning mit Seck und Dumpia. Wer ist das, Alter? Bruder, das sage ich. Wenn die beiden auf dem Platz hast, bin ich unerschwärbar. Das sage ich auch, Mann. So, Leo und Messi. Nee, bist du eigentlich wieder clean? Ja, fast clean. Fast. Kugabakterie leben, Alter. Leben da ein bisschen. Oh, Jonathan, Alter. Und Salpingitis. Komm. Das war schon wieder. Brauchst du keine Brille? Brauchst du keine Brille, oder? Oh, Leute, seid gespannt. Da kommt auch was Großes. Mehr können wir nicht verraten. Nee, mehr können wir nicht verraten. Da kommt auf jeden Fall was Großes. Hier kommt was Kleines. Oh, was ist bei dem hier los? Boah, Innenverteidiger? Böö. Aber halt die Liga aus Schrott, Leute, ne? Ja, komm. Weg mit dir, du dreckiger Lappen. Die sind so Verpuffer, Alter, ne? Du tust zu viel Druck. Ja, weil ich jetzt dein Traum verpuffe, dass du heute ohne Rad der Hölle durchkommst. Weil hier kommt was Großes, mein Freund. Ja, Leute, ich habe ja letztens so eingefahren bekommen. Gervinho, Alter. Die alte Uschel, Alter, die nehme ich gar nicht mit. Leute, habt ihr schon mal gesehen, wie ich in 83er rauszimmer und in Timo so eine geile Wette jetzt reingekommert bekomme? Und deswegen kommt hier jetzt in Ja-Ja-Ja-Ja. Komm, De Preude, letzte Woche war er noch jeden Tag. Eieiei, was ist denn das da? Verlass, ja. Wird ja nichts bringen, ne? Wollweg bin ich gar nicht mit. Aber richtig wie ein Mann beschwöre, bitte. Gib mir, gib mir mir, ja, den brauch ich, den brauch ich. Oh ja, oh ja, was Großes, ich empfang was Großes. Ah, Alter, 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 Hassad! Hassad, Alter! Edin Hassad im Paket, Leute! Hassad! Edin Hassad! Ich hab gesagt, ich spüre mal, Professor Weaver ist zurück, Leute! Edin Hassad! Hassad! Edin Hassad! Verdammt geiler Shit, Mann! Warte, was er bringt, ja? Guck, was er bringt. Leute, Spaß ist nicht, was ist heute los bei uns? Das Packlack ist definitiv bei uns zurück. Ist in Ordnung an der 700.000, oder? 700.000 bringt der Junge an! Ja, Mann! Komm mal runter, Junge! Komm, da muss ich erst mal ein Insta-Bild schießen, Leute! Leute! Aber mich trifft's immer, aber egal! Die Bestrafung für den 88er Hassad kommt! Mich trifft's immer, Leute! So, der Täter Timo am Rad! Oh, was ist das, was ist das, was ist das? Die Nafgad! Oh, die tut immer so weh, ich hab doch schon wieder so eine Pimbollippe daneben! Oh, den zieh dich! Oh, den zieh dich! Oh, den zieh dich! Was? Weg! Die Nafgad! Oh, die Pink Slips! Ich zeig dir jetzt noch was für ein Pink Slip jetzt! Bist du schön drauf? Nicht so nah, du wickst! Zählt nicht! Natürlich zählt der! Zählt nicht! Zählt nicht! Und wieder zehn! Ey, mach, mach mir gleich Gesicht raus! Du Wichser, Alter, das fühlst so weh! Alter, der eine ging genau auf die Gläser, ne? Und der andere direkt auf die Pimbollippe! Professor FIFA! Scheiße, Leute, Alain, Edin Hassard. Für wie viel? Soll ich so machen? Ja, mach so. Soll ich so? Tausender. Ja, ein Taui. So, Leute, schnell gucken. Edin Hassard steht für ein Taui drauf. Das Paket war wunderschön, ne? Denk ich, ich muss auch beschweren. Beschwer, Achtung, jetzt. Das ist zu früh. Komm noch, komm, gib ne Gewirr. Boah, Torres. Gib's mir, gib's mir. Oh, 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 ich empfange was Orangenes. Ich empfange was Orangenes. Ah, Vodkart. Tio Vodkart. Okay, Leute, die Pakete haben sich definitiv gelohnt. Hier noch ein paar normale raus, Leute. Das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Ich will auch mal wieder Timo dran bekommen. Das kann's doch nicht sein, oder? Kann's doch echt nicht sein, Mann. Boah, David Villa, die Gurke, ey. Ich mach mal ein letztes Paket. Der Controller steht unter Rauch, Leute. Was ist im Paket Lionel Messi? Das war dieses Mondstück, Leute. Das hat sich in den EA-Surfer reingebohrt. Weißt du, in den Mitarbeiter? Ja. Ich hab den Mitarbeiter blieb. Aber Leute, aber ganz ehrlich, ne? Ich zieh nur scheiße. Bang, was Decks läuft hinter. Guck nicht. Guck nicht, guck nicht. Das ist ein Demirel. Das ist ein Demirel, Alter. Das ist ein Demirel. Nein, kein Demirel, Alter. Der ist stark. Den nehm ich mit. Volkan Demirel, Kopfmedaler. Starre Spieler, ja. Hast du recht. So, Leute. Paket aufmachen. Aufstehen. Rausgehen. Hochdrehen. Bleib noch weg. Bleib noch weg. Bleib noch weg. Scheiße. Kabayi. Peter Crouch, die lange Latte. Du bist schon wieder dran, Junge. Höher, höher. Ich bin ein bisschen zwirbeln. Ich bin zwirbeln. Ein zwirbler. Ein zwirbler. Ein zwirbler. Ein zwirbler. Ein zwirbler. Oh, Lüger. Die Weltpremiere. Umgedrehtes Paket, Leute. Timo muss umdenken. Er hat leichte Probleme. Gerade in der Modifikation. Und dann, Augen zu, Augen zu. Zulassen. Hast du zu? Ich hab so offenes Scheiße drin. Warum lasst du sie hier offen, Alter? Ich dachte, du machst nur zu. Eins hab ich noch. Was? Egal. Machen beiden die Augen zu jetzt. Komm, umgedrehtes Paket. Umgedrehtes Paket. Umgedrehtes Paket. Umgedrehtes Paket. Das kriegt noch nicht. Ich glaub ja. Ich wohnen! Volazja! Ich krieg wieder ne Wette, ne? Und ich glaub, es war mein Paket. Guck. Was hatten denn der Verwerter, Alter? Hallo, Leute. Timo darf wieder für mich drehen. Wir sind hier wieder. Einfach nur unfair. Der Flutschfinger! Zum Flutschfinger muss man erklären. Ich darf jetzt wieviel waren es? Dreimal. Ein Flutschi machen ins Ohr, aber halt jetzt nicht direkt, sondern so. Unerwartet. Irgendwann während dem Back-Opening. So. Kabul, Alter. Kabul, Alter. Kabul. Kabul, und jetzt. Nummer 1. Die triefen immer so aus dem Loch dann raus. Den habe ich eben so versteckt mit hereingeschoben. Alter, ich ziehe nur Scheiße. Komm jetzt Lionel Messi, du Wichser. Du Wichser. Och Mann. Ich glaube, eins habe ich noch. Na, na. Ihhh. Ich hoffe, das ist doch eh klar. Der zweite. Draketic. Ich darf auch wieder drehen. Aber bevor Draketic kommt. Boah. Pfff. Du rotst unser ganzes Mikrofon. Ah. Jetzt brauche ich die Tue. Ich meine nicht, ohne dass er schön Schmalz dran hat. Boah. Egal, ich kann mal wieder drehen, ey. Soll ich das Rad kurz beschwören, oder? Wir lassen es so. Leichte Dreher. Food Spray, Food Spray. Schalalalala. Das Food Spray kommt. Du musst sie ganz aufziehen, ne? Das ist nicht ganz, mein Freund. Zieh die unten ganz auf, über die Ohren. Aber du hast einen Daumen reingemacht. Ja, aber du hast diese ganz auf gehabt. Du kannst ja einen Daumen rauf machen. Zieh sie richtig auf. Und wie ist es so? Kriegt man aber schon ein bisschen Angst. Du kannst es ruhig so, Leute. Ich bin's gewohnt von der Feuerwehr, Leute. Achtung. Oh. Alter, das riecht wie Schacke. Leute, die Maske. Jetzt schießt ihr die Tränen in die Auge, ne? Boah, ich muss mich konzentrieren. Die Tränen sind schon kurz. Alles hat noch ein bisschen nachgepustet. Paket Nummer 2, Leute. Ich komm schon mal näher für die Reaktion. Das ist ein 70er. Gapé. Boah, schnelle Mann, Alter. Paket Nummer 3, meine Damen und Herren. Keine Rings. Freier und Huren. Ist es schon zu spät? Schaut auf eure Packs. Wähler. So, komm. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon. Komm schon. Oh ja. Bartolomeos, Alter. Bartolomeos. Bartolomeos. Ja, Leute, kennt ihr das? Ich hab so... Die Lippen sind so ausgetrocknet. Das sind so reist, ey. Das interessiert die Leute bestimmt. Ganze Pilze hocken da drin. Ja, kurze Ablenkung. 83er. Isco. Und Thiago hinterher. Und das gibt eins. Was ist mit Thiago eigentlich bei Bayern? Kreuzbandriss. Nenn dich Kreuzbandriss in die Bandriss. Männchen. Kinders. Noch einmal, Alter. Für so einen Pascal Isler, Alter. Paket Nummer eins. Und wir spinnen. Los! Fuuuun! Fuuuun! Yeah! Schön gesagt, du hast nachgepustet. Nee, hab ich nicht, Leute. Wir spulen nochmal zurück. Schön schuddeln, dass die Kacke von unten nach oben geht. Bitte ganz drüber, gell? Ist ganz drüber. Über die Ohren, bitte. Hättest gern noch. Ich hättest gern... So ist schön. Boah, da riecht's noch. Ey, das ist ja unfair. Aber nicht zuhalten, man. Da krieg ich keine Luft. Nee. Ich puß noch ein bisschen hinterher dann. Oh, du Wichse. Das war voll nachgepustet. Boah, stinkt das, meine Leute. Stinkt das, Alter. Alter, da wird mir doch vergasen. Boah! Letztes Paket für heute, Leute. Nochmal ein Hasser drauf. Was ist drin? Boah! Hekel, Alter, ist der schnell. Mein lieber Mann, Junge. Mach nicht so schnell, Junge. So. Meine Teasy-Denten. Boah, heute auf jeden Fall, Leute. Ein paar Wetten am Start. Das neue Mikrofon, denke ich, ist ganz gut eingeweiht heute. Hat auf jeden Fall schon ein paar gute Packs gesehen. Das Packlack ist auf jeden Fall zurück. Definitiv. Das muss man sagen, Leute. Und wie gesagt, schreibt uns weiterhin eure Wetten. Da sind richtig geile Sachen dabei. Genau. Wenn's Waldfeld kommt, schlägt's zu, Leute. Haut rein. Gebt einen Daumen hoch für uns. Abonniert uns. Tschau. Tschau.